Also zumindest semi-professionell. Okay, da hinten, der steht da immer noch. Wir haben jetzt Pistolen-Muni gefunden. Das ist natürlich alles sehr schön, aber wir können damit noch nichts anfangen. Also muss ja unser Glück irgendwo hier in der 11 oder da hinten in der 12 sein. Da oben die Uhr ist eingezeichnet. Okay, dass es da nicht weiter geht nicht, aber da geht es ja nicht weiter. Die Tür von der 201, die existiert ja nicht mehr, genauso wie die von der 204. Also hoffe ich, dass jetzt hier bei der 11 oder bei der 12 etwas Schönes auf uns wartet. Ich würde mal sagen, den nageln wir jetzt hier einfach mal weg. Und da hinten kriegt der nächste. So, passt da. Und nochmal. So. Und das ist die... Okay, jetzt hängen wir hier fest. Ah. Und wir werden von hinten vollgekotzt. Okay, wir gehen hier durch. Äh, ist zu schisse. Die ist auch zu... Oh, toll, hä? Okay. Na komm. Na komm. Und kotz. Und dann kriegst du einen drüber. Okay, dann ziehen wir den jetzt einfach mal drüber. Ich hab jetzt eigentlich vorgab, den erstmal abreiern zu lassen. Und der steht auch nochmal auf. Okay, der hält jetzt doch massiv was aus. Okay, der ist auf jeden Fall jetzt schon mal hinüber. Oder? Scheinbar. Wir machen den jetzt hier erstmal nochmal in den Asphalt, bevor ich jetzt hier weiterquatsche. Der hält aber echt gut gerade aus. Also ich nehme zurück, weil ich eben gesagt hab, dass die hier die, die, die Reihe am Michel, äh, weniger aushalten. Das nehme ich zurück. Ja, also ich muss mich natürlich jetzt ein bisschen noch hier an die Bewegungsmuster gewöhnen. Weil ich hatte jetzt eigentlich vorgehabt, den erstmal, äh, kotzen zu lassen. Also mit einem Schritt nach hinten, den dann eins drüber zu ziehen. Aber wir gucken mal ganz kurz auf die Gesundheit. Nicht auf die Karte, sondern auf die Gesundheit. Die waren zu, aber wie kommen wir denn, wieso und weshalb? Okay, gesundheitlich geht's uns aber eigentlich nur noch ganz gut. Hoffe ich. Aber normalerweise müsste der Wildschirm sich rot färben. Aber wieso kommen wir denn jetzt hier nirgendwo rein? Können wir jetzt irgendwas mit der Uhr machen? Moment, haben wir auf jeden Fall Ruhe. Das ist schon mal schön. Was für Optionen haben wir? Wir haben die 205. Da waren wir drin. In der 2010 waren wir drin. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zur Uhr. Denn wir haben jetzt die Taschenlampe. Vielleicht können wir da jetzt irgendwas machen. Dass wir wenigstens schon mal das lesen können, was da an der Wand steht. Also wir haben jetzt hier wirklich alle Gegner weggeräumt. Wir haben hier die ganze Etage für uns alleine. Sehr schön. Da würde ich mal sagen, hauen wir uns auf das Zimmer, schmeißen den Fernseher an. Und legen die Füße hoch. Aber da wollen wir aber keinen Strom mehr haben. Können wir auch keinen Fernseher gucken. Sehr uncool. Die Tageszeitung wird wahrscheinlich auch von Anno irgendwann mal sein. So. Jetzt würde ich mal sagen, gucken wir uns mal eben hier dieses an der Wand an. Was haben wir denn hier? Schönes. Okay. Das sind denke ich mal Zeiger für die Uhr. Henry, Mildred und Scott. Okay. Okay. HMS. Ich würde sagen, Hour, Minutes und Second. Das sind denke ich mal dann halt die Zeiger. Können wir jetzt nichts machen? Aber was steht denn hier auf der Uhr drauf? Hier, versucht mal die Uhr zu verschieben. Ja, aber das habe ich mir schon gedacht. Die Uhr lässt sich nicht verschieben. Okay. Ja, dann werden wir wahrscheinlich die Zeiger ausrichten müssen. Okay. Okay, die ist verregelt. Wir können die Zeiger nicht berühren. Das ist natürlich schon mal blöd. Wir können das jetzt auch scheinbar hier in irgendeinem nicht aufschließen. Und einschlagen auch nicht. Ja, schön. Jetzt haben wir hier zwar Licht, aber wir kommen immer noch nicht weiter. Und schauen wir uns mal eben hier in der Wohnung um. Vielleicht liegt ja hier dann doch irgendwo der Schlüssel. Die Tür ist zu. Vielleicht sehen wir jetzt mehr durch die Taschenlampe. Die ist immer noch verschlossen. Anrufen können wir auch keinen. Anrufen nicht, aber wir haben hier... Anrufen nicht, aber wir haben hier... Okay, das hat jetzt hier mit dem Rätsel zu tun, aber telefonieren können wir nicht. Bild angucken können wir uns auch nicht. Hier in der Küche war ja nichts. Okay, Moment. Wir könnten natürlich versuchen, nochmal zu diesem Müllschlucker zu gehen. Vielleicht können wir ja jetzt dank der Taschenlampe irgendwas machen. Das ist auch völlig normal, dass man hier ein bisschen Backtracking hat. In Anführungsstrichen, aber dass man die Orte mehrmals bereisen muss. Aber ich höre hier gerade kein Radio rauschen. Also es kann sein, dass die Gegner wirklich verschwunden bleiben. Jetzt will ich mal hoffen, dass wir den Müllsack da durchstoßen können. Nö, können wir nur nichts machen. Mann, James, nur noch einfach die Latte und schieb das Ding da durch. So, die da hinten waren ja zu... Jetzt überlege ich gerade. Ob wir hier in der 205 noch irgendwas finden können. Denn wir haben ja jetzt die Taschen... Ne, die Taschenlampe hatten wir doch aus der 205 oder nicht. Wir versuchen es nochmal. Ne, okay, das war nicht aus der 205. Das war die 2010. Wo wir die Taschenlampe hatten. Weil sonst müsste ja hier... Ne, da ist die Puppe doch. Wollte ich auch gesagt haben. Aber vielleicht hat sich ja hier irgendwas geändert. Aber scheinbar nicht. Ja, die Türen hier sind zu. Die ist zu. Und die hier auch. Okay, Moment. Hä? Weil unten... Im Treppenhaus... Okay, Moment. Wir haben ja noch die dritte Etage. Fällt mir gerade mal ein. Versuchen wir es nochmal hier hinten. Aber die Gegner bleiben echt weg. Das ist... Das ist... Habe ich zu früh gesagt. Da hinten steht wieder einer. Okay, ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück. Wir haben doch noch die dritte Etage. Die habe ich jetzt komplett vergessen. Ist ja ein Teufelskreis. Ist ja ein Teufelskreis. Fliegt ja der im Müll. Da ist wieder eine Flasche. Aber da können wir nichts mit machen. Okay, da war wieder irgendein Geräusch. Da fragt man sich auch immer, ob das jetzt hier irgendein Gegner ist oder... Okay, da liegt was. Der James guckt schon. Ob das ein Gegner ist oder ob das jetzt gerade zum Score gehört. Okay, wir versuchen mal einen Schlüssel dran zu kommen. Natürlich stecken wir da unseren Arm durch. Können wir ja wenigstens sehen, was da ist. Du olle Göre. Da trägt die olle Göre den Schlüssel weg und kommt mit dem Haha. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr an den Schlüssel dran. Aber ja genau, wer war das Kind? Wieso läuft hier ein Kind rum? Ja, den Schlüssel können wir uns jetzt erstmal von der Backe abschminken. So, jetzt gucken wir mal eben. Wie sieht denn hier oben die Etage aus? Okay, der Weg ist versperrt. Das heißt, es bleiben nur die 301 und die 302. Die zwei Räume. Ich will mal hoffen, dass wir da unser Glück finden werden. Drehen die Kamera wieder. Okay. Dann bleibt nur noch ein Raum. Weil das wird ja denke ich mal hier wieder ja, irgendein Treppenhaus sein. Was aber auch versperrt ist. Ah, die Tür geht auf. Das ist schon mal gut. Weil ich jetzt natürlich überlege, ob ich irgendwas in der Stadt übersehen habe. Wir hören, dass hier kein Rauschen ist. Das stimmt mich doch schon mal positiv. Und der James guckt nach rechts. Da ist ein Einkaufswagen. Und da guckt der James auch hin. Und da ist eine Pistole. Oh, hier. So, Pistole. Ähm, Moment. Menü. So, wir... 10 Schuss fasst die. Und wir haben 30 Schuss dabei. Das ist sehr schön. Das heißt, 40 Schuss ausrüsten. Aber selbstverständlich. Obwohl ich jetzt die Befürchtung habe. Moment, nee. Wir nehmen lieber das Brett. Den Holzstock. Denn, äh... Ich möchte die Munition echt für entsprechende Fälle aufheben. Weil das hat man auch oft, dass man bei Standardgegnern, wo man eigentlich dran vorbeilaufen könnte oder mit einem Holzscheit eigentlich sehr, sehr gut klarkommen würde. Dass man da Munition verbrennt. Die einem dann nachher bei irgendwelchen anderen Sachen fehlt. So. Die Tür ist natürlich auch verschlossen. Aber wir haben eine Pistole. Und die ist auch zu. Okay, wir haben eine Pistole. Und das hat uns jetzt was gebracht. Äh, jetzt können wir natürlich versuchen mit der Pistole unten das Glas vielleicht aufzuschießen. Sind das alles Einschusslöcher? Sieht so aus, ne? Also hier hat auf jeden Fall dann einer rumgewütet. Da in der Ecke. Das ist alles Einschusslöcher. Okay, der hat auf jeden Fall hier... Hier hat einer mal ordentlich rumgewütet. Legen auch über Patronenhülsen auf dem Boden. Okay, da wollen wir hier raus. Ja, vielleicht können wir ja doch das Glas einschießen. Obwohl ich das bezweifle. Okay, dann kommt wieder jemand. Weil sonst hätten wir ja sehr wahrscheinlich auch mit der Holzlatte da irgendwas erreichen können. Ah, wer stapft denn da? Also auf jeden Fall keiner in dem Bereich hier. Das Radio rauscht. Natürlich kommen wir immer noch nicht an den Schlüssel ran. Deshalb wieder ab ins Krippenhaus. Ja, ich überlege gerade ob ich irgendwas in der Stadt vergessen habe. Aber ich kann mir nicht vorstellen dass hier ein Schlüssel oder der Zeiger von der Uhr in der Stadt rumliegt. Also normalerweise das ist immer sehr lokal. Warum sollte ja auch der Zeiger in der Stadt liegen. Ist ja nicht so dass der spazieren geht. Obwohl wir sind hier in Silent Hill also sollte man da mit solchen Aussagen vorsichtig sein. Es gibt hier glaube ich nichts was es nichts gibt. Äh, nicht gibt so. So. Le Garde. Wo wollen wir denn jetzt hin? Die 202 ist noch zu. Da werden wir wahrscheinlich nicht auch mit der Pistole nicht wirklich was reißen können. Der Müllschlucker werden wir auch nichts machen können. 205 hat mir ja die Taschenlampe her. Also höchstens die 210 oder die 28. Ich würde sagen wir versuchen es noch mal bei der 28. Vielleicht hat sich da irgendwas getan. Okay. Da hat einer bestimmt nicht geschrieben weil er gerade Spaß hat. Okay. Es rauscht. Ziemlich heftig. Ach du Scheiße was wäre es das denn? Okay. Der sieht ein bisschen krasser aus. Ja, aber nicht. Das ist der Pyramide Head. Ich sehe es. Ja, schüss. Gut, dass ein Gitter vor ist. Ich würde mal sagen wir gehen hier rein. Das ist der Pyramide Head. Okay. Wir hören ein Rauschen. Das war vorher noch nicht. Und der Fernseher ist an. Wieso ist denn hier der Fernseher an? Wieso? Warum steht der Sessel da vor? Und wieso sitzt da einer drin? Und wieso guckt der James nach links? Und wieso stelle ich so viele Fragen? Okay. Da liegt ein Schlüssel. Der lag doch lag der vorher schon da? Nee, oder? Lag der vorher schon da? Aber ich habe doch ich meine ich habe mich hier umgeguckt. Da lag doch keiner. Wieso liegt denn da jetzt ein Schlüssel? Wieso? Moment. Die Tür ist immer noch zu. Wo kommt der denn jetzt hier her? Und wieso ist der Fernseher an? Wieso hat der Strom? Aber der Typ ist so ziemlich hinüber. Und ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass das der dass wir gleich mit dem Pyramide Head hier richtig schön ineinander rasseln. Also ich meine zumindest, dass es der Pyramide Head war. Der sah auf jeden Fall anders aus als die anderen Hainis. So, wir gucken uns nochmal hier eben das an der Wand an. So, jetzt müssen wir uns natürlich einprägen. Wie viel Uhr da eingestellt sein soll. Also ich würde jetzt schätzen, das soll so ungefähr 10 nach 9 sein. und 15 Sekunden. Aber einen Sekundenzeiger haben wir noch nicht. Das würde ich mal hoffen. Da war ja eine Einkerbung, dass wir den vielleicht auch gar nicht brauchen. Denn wir haben jetzt einen Schlüssel, der wird ja hoffentlich für die Uhr sein. Okay, geht nicht auf. Moment. Müssen wir... Ah, jetzt habe ich schon wieder auf die Karte gedrückt. So, wir gehen mal eben genau hier rein. Müssen wir vielleicht einen Schlüssel anwählen. 202. Okay, das ist nicht für die Uhr. Sollte man sich vielleicht auch mal anschauen, so einen Schlüssel. 202. Wo haben wir das? Okay, hier hinten. Stimmt. Stimmt, die Tür war ja abgeschlossen. Die war ja nicht versperrt, sondern die war ja abgeschlossen. Jetzt haben wir dafür einen Schlüssel. Okay, alles klar. Ab zur 202. Und dann würde ich mal hoffen, dass da vielleicht ein Sekundenzeiger ist und vielleicht noch ein Schlüssel. Okay, der Pyromite Head ist weg. Weil ich weiß nicht, ob man den hier besiegen kann. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich meine nicht. Ich wusste, dass der hier dann vorkommt. Der taucht ja auch in den Filmen auf. Da aber auch schon direkt im ersten Teil. So, ist das die 202? Genau. So. Die Tür ist auf. Wir gehen rein. Wir gehen direkt in Angriffsstellung. Und falls hier einer ist, dann ziehen wir mal direkt wie eins über die Latte. Aber wie wir hören, hören wir nichts. Irgendwie auch alles total skurrile Räume. Da ist ein Heildrink. Den nehmen wir uns natürlich mit. Könnten rein theoretisch mal einen nehmen. Einfach mal, um zu schauen, wie viel Gesundheit der auffüllt. Weil so stark angeschlagen sind wir ja jetzt nicht. Verwenden. Okay, jetzt wieder alles grün. Die Bildstörungen sind auch weg. Das ist schon mal gut. Weil ich nehme mal an, dass so eine Erste Hilfe ja, hier sind die über Motten. Dass so eine Erste Hilfe die Gesundheit wahrscheinlich komplett füllt oder hoffentlich so den meisten Teil. Da liegt Glas auf dem Boden. Und dass so ein Heildrink ja nur ein kleines bisschen die Gesundheit auffüllt. Da geht es auch nicht weiter. Die Tür ist versperrt. Okay, dann müssen wir hier in den Raum mit den Schmetterlingen oder mit den Motten. Okay, Schmetterlinge scheinen. Ja, Schmetterlinge auf jeden Fall. Okay, wir hören ein Geräusch. Nichts Interessantes. Das habe ich mir schon gedacht. Da in der Kiste ist auch nichts. Die ist abgeschlossen und da ist ein Loch an der Wand. Und da süftet ordentlich raus. Da schauen wir uns mal eben näher an. Ja, natürlich wollen wir das untersuchen. Ja, so ein schönes Loch. Und der James ist mutig. Na komm, steck durch, du Weichei. Okay, wir haben den Schlüssel für die Uhr. Sehr cool. Okay, okay. Immer noch verschwert. Die Frage ist, was ist das für ein Geräusch? Okay, ja, 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 ja. Moment, Moment, Moment. Moment, wir gucken noch mal auf die Karte. Das müsste ja rein deretisch, genau, für die 201 sein. Das heißt, das Geräusch wird aus dem Raum kommen. Wo ich hoffe, dass auch die Tür, die nicht vorhanden ist, auch zugemauert bleibt. Nicht, dass wir da nachher vorbeilaufen, die ist offen. Da kriege ich ja direkt die Pimpernellen. Weil ich glaube nicht, dass das ein Drucker ist oder ein Kopierer, der da gerade im Hintergrund läuft. So, Schlüssel für die Uhr. Schön. Dann ab zur Uhr. Aber hier vorne in dem Bereich bleiben die Gegner auf jeden Fall weg. So, der Fernseher ist auf jeden Fall noch an. So, wir gucken uns jetzt direkt die Uhr an. Versuchen jetzt hier mal die Tür aufzuschließen. Okay, was der James nicht von alleine macht. Also auch da wieder einen Schlüssel auswählen. Na, Schlüssel auswählen. Ich weiß nicht, warum ich immer Dreieck drücke. Ich glaube, das kommt von Resident Evil 4. Da öffnet man ja das Inventar mit Dreieck, so viel wie ich noch weiß. Wenn ich mich das jetzt hier über die alte Steuerung verwenden. Äh, wenn ich mich dann noch richtig entsinne an die alte Steuerung. So. Tür ist auf. So, und jetzt wollen wir hier mal eine Uhr drehen. Also, 10 nach 9. Okay. 10 nach 9. Also, einen Sekundenzeiger haben wir nicht. Okay. Da. Das müsste es Reintritsch gewesen sein. Wir haben auf jeden Fall ein Geräusch gehört. Jetzt müsste hoffentlich die Uhr auch zu verschieben sein. Na. Natürlich wollen wir die verschieben. Jawohl, und wir können sie verschieben. Sehr cool. Ja, erstes Rätsel gelöst. Das ist ja schon mal schön. Zumindest beim ersten Rätsel nicht schon verkackt. Freue ich mich schon mal. Aber ich muss sagen, echt, die Stimmung, die ist allererste Sahne. Okay, die Tür ist zu. Aber ich muss auch sagen, die Räume oder hier die ganzen Apartments sind sehr, sehr spartanisch eingerichtet. Und die Tapete hatte auf jeden Fall schon mal bessere Jahre. Oder bessere Zeiten vielmehr. So, mit dem Rechner Luxe kann man sich hier natürlich in Ruhe umschauen. Das ist sehr schön. Da ist irgendein Rolltischchen. Okay, mit dem Schrank können wir nichts machen. Die Tür ist auch verschlossen. Wo sind wir hier? Da geht's raus. Da gehen wir auch nicht raus. Weil da habe ich die Sorge, dass wir direkt den da ist ein Gesundheitsdring den Pyromide hätte in die Arme laufen. Denn das müsste ja dann der Flur sein vor Zimmer 209. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, ich kriege das irgendwann nochmal hin dann auch mal mit der richtigen Taste die Karte oder das Menü aufzurufen. Genau, da geht's in den Flur. Aber wir gucken jetzt erstmal, was hier auf diesem kleinen Tischchen ist. Da ist ein bisschen roter Zettel. Da werden wir abspeichern. Und da würde ich auch mal sagen, beenden wir auch an dieser Stelle direkt mal diese Aufnahmesession. Es geht an dieser Stelle dann beim nächsten Mal weiter. Ich will hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und dass es euch Spaß gemacht hat. Ja, und dicken Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.